Hallo, mein Name ist Norenz Odiasse, dein neue Nummer 32. Norenz, danke, dass du kommst. Wir beginnen mit einer kurzen Erinnerung. Wie würdest du dich in 30 Sekunden beschreiben? Ich würde sagen, ich bin ein interessanter Mann, ich bin ein Liederer, ich will gewinnen. Ich bin sehr diszipliniert und entscheidend, goal-orientiert und will gewinnen bei allen Kosten. Wann wurde es dir klar, dass ich wirklich ein professioneller Basketballspieler bin? Was war die Entscheidung, dass es wirklich funktioniert? In der 8. Klasse, als ich die Basketball aufgenommen habe, ich spielte Fußball, amerikanische Fußball zuerst. Ich liebte das Spiel, als ich es aufgenommen habe, und ich hatte all meine Erfurt und Passion. Wie wichtig war deine Familie für dich in einem professioneller Basketballspieler? Das ist großartig, deren Unterstützung ist alles für mich. Sie haben mich aufgenommen, wo ich jetzt bin und ich lehne auf die schwierigen Tage, die einfachen Tage. Sie sind meine Rock und meine Unterstützunggruppe. Sehr wichtig. Wenn du jetzt einen bestimmten Moment in deiner Karriere denkst, was ist der erste Moment, der sich zu minden und was war so speziell? Was ist das für mich? Als ich in Texas Tech ging, als ich im College Basketball spielte, fielten wir in den Final Four. Wir konnten so weit weg und gewinnen und das Team, das Liederschaft, das ich an diesem Team gebracht habe, und alles, was wir als Gruppe und eine Gruppe gemacht haben, ist etwas, was ich hier bringe. Die spezielle Kamraderie der Leute, die gewinnen und gewinnen. Cool. If you were allowed to play one certain game again, which one would it be? The Final Four game for me, because we lost in the Championship in overtime. I wish so much I'd pay anything to play that game again. When the request from Bamberg came in, what were your first thoughts, and why did you choose Brose Bamberg? I was excited. I was excited. I knew the group, I knew the team, I knew the coach, I knew it was a different scheme and everything bringing to the table. I was very excited because the fans, I saw videos of how they rowdy they are, how much they love their team, and that's what I want to play for, this city and that type of fans. Okay, if you could steal one quality from any basketball player in the world, which one would it be and from whom? Probably LeBron James, his IQ. IQ, learning the game, learning his teammates, knowing the right move to make in a certain position in the game. So his IQ is bar none the best ever. The GOAT? The GOAT to me, the GOAT. Has Corona changed your life, and if so, how? Corona has definitely changed my life. I learned a lot of different things about myself back home, where nothing to work out, I had to run hills, do different things. I learned that I can be tough, and I'm tough, and I'm determined, and my goals, nothing ever changes, no matter the circumstance, so. If you had the chance to switch lives with a certain person for one day, who would it be and why? Honestly, I wouldn't switch lives with anybody. I believe that God gives me a chance at my life, and he has a plan for my life, so I'm proud, and I'm thankful that he gave me my life, so. Pretty cool. What headline would you be happy to read at the end of the season? Rosa Bamberg wins basketball, Champions League, Buden's Liga, everything, that we come up on top, so. The triple. Yes, perfect. What food is always served when you come home to the family? Quimoire. Which song can't be missing from your playlist? Yay, Burner Boy. Okay. Your favorite vacation destination? This is supposed to be fast. Let's say Tulum. Which movie would you have liked to have acted in? Coach Carter. For me, basketball fans are? Special. Your greatest talent besides basketball? Football player. Your first basketball jersey? North Crowley High School. Okay. If I hadn't become a basketball player today, I would have been? A football player. What would you not want to miss in your life? My mom's cooking. What is one thing you always wanted to do in your life, but never did? Skydive. 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 Thanks for coming. Our number 32, Norenz. Odi Asik. Stegos Teamcheck. One. Stegos Teamcheck.